Wir Jugendlichen treffen jeden Tag Entscheidungen. Welchen Beruf wir später einschlagen wollen, wie wir unsere Freizeit gestalten, was sind unsere Hobbys, wer sind unsere Freunde, wer sind wir selbst. Wir bilden mit jeder Entscheidung unsere Persönlichkeit selbstbestimmt. Dafür ist Selbstbestimmung da und dafür kämpfen wir, dass jeder Mensch seine Persönlichkeit und seine Interessen so prägen kann, wie er es möchte. Dieattelung der Welt vom Kampfhörten charger-Haza ув Özell